Nachdem das baden-württembergische Wirtschaftsministerium bereits im März acht sogenannte Start-up-BW-Axeleratoren im Land, unter anderem auch aus Tübingen, eine Förderungszusage zur Weiterentwicklung bewilligt hatte, folgen nun fünf weitere Projektpartner aus Stuttgart und Reutlingen. Mit den Förderungen von insgesamt 5,1 Millionen Euro werden die Start-up-Axeleratoren bei ihren anspruchsvollen, hochinnovativen Gründungsvorhaben unterstützt, erklärt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Zu den neuen Projektpartnern gehört auch das ESA Business Incubation Center, kurz ESA BIG, im Technologiepark Tübingen-Reutlingen. Das ESA BIG fördert Start-ups mit Bezug zur Weltraumtechnik, insbesondere im Bereich des schnellen Technologietransfers. Ebenfalls gefördert wird das Textilprojekt Stoff im Kopf der Hochschule Reutlingen.